Und dann kann hier Ryan Lash, also bereits der Neue, wenn ich das richtig gesehen habe, der da vor dem Tor. Das waren erst 38 Sekunden. Auch an der richtigen Stelle. Der Führungstreffer für den SCA. Und dann liegt man 1-0 in Führung. Fertig gemacht. Viertel Treffer für Ryan Reitz. Jetzt hat er seinen Treffer, seinen zweiten hier, also nach dem Powerplay-Tuch. Der Spielfinutzer, Abbott, hat abgezogen. Ryan Lash scheint diese Scheibe noch abgelegt. Alles für den Schuss. Fuck off! In der ecklichen Sekunde. Vorher gehen wir das erste Drittel. Marco Berlo. Letzte Sekunde im ersten Drittel. Und Lash mit dem Tor. 1-0 in letzter Sekunde in diesem ersten Drittel für den SCB. Das ist der erste Drittel. Ob dieser Treffer wirklich zählt, ob er noch früh genug gefallen ist, das werden sich die Schiedsrichter. Jetzt noch genauer anschauen. Jetzt noch genauer anschauen. Die zurück, nächste Möglichkeit für den SCB, dann ist die Scheibe tot. Ryan Lash in 3-2 als Esterin. 2-2 als Esterin. Wenn er das erste Rettkopf hatte, dann ist er noch nicht richtig. 2-3 als Esterin. Und das konnte ein ganzes Glitter für den Hufpfeil. 2-3 als Esterin. Und er kann mir eben von hinter der Tonlinie aus und abgeschöpft worden. Natürlich ist er gewacht.